Ja, heute haben wir den 21., den 21.08.2009, Freitag, irgendwas, kurz vor zwölf, ich habe gerade Mittag gegessen da, und ich habe, glaube ich, irgendwelche Schmerzen, mir tut irgendwas weh, irgendwas beißt mich, ganz gewaltig, jetzt ist das auch nur eine Einbildung oder sowas. Das ist wirklich ein merkwürdiges, irgendwie hackt das mich die ganze Zeit, ach, 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 das schmerzt vielleicht, ein Attentat, ein Attentäter. Da ist ein Attentäter. Das ist ein Mistvieh. Oh man, die Kamera stürzt schon wieder in ewigen Jagdgründe. Scheiß Kamera. Ein Attentäter. Da hinten putzt er sich. Sehen wir uns den Unfug, der so macht, dieser Attentäter. Da schleicht er sich wieder an meinen Fuß an. Da. Ah. Ich muss ihn retten. Ich muss ihn aus dem Stuhl. Ich tue ihn am besten aus dem Tisch. Mein Fuß. Da kann er mir nichts. Da ist der Attentäter. Mal sehen, was er jetzt macht. Er ist aus der Schussweite. Da unten schleicht er rum. Atemgelder. Ich muss meinen Film anhalten, meine Kamera hat ein Problem. Na, wo ist der andere Fuß? Er möchte den anderen Fuß attackieren. Da ist er. Irgendwie, jetzt geht's an den Fuß. Ah, Mistvieh. Ich mach mal kurz den Film. Da. Oh, oh. Jetzt bin ich reif. Hilfe. Monsieur. Du wirst doch nicht mich beißen. Nein, er putzt sich erst mal. Ein schicker Mörder. Schicker Killer. Oh, Hilfe. Da geht's los. Jetzt endlich die. Ah. Hier geht doch ganz schön ran. Der Kerl, der geht so ran. Das kann ich doch nicht. Ah. 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 Das ist nicht. Ah. Ein Treffer. Ah. Ah. Ah.